Ich bin dafür, dass er ausloggen. So wie Leichen Sunny, da mag ich jetzt nicht mehr. Wenn wir gegen die verlieren... Ich nehme mir das Leben. Und der Keter, der soll es immer nehmen. In der Richtung ist klar. Ja, aber wir können nicht so reich halten, oder? Ja. Gehen wir mal rein. Ich hab Leichen Sunny im Target, der kriegt gleich einen Pit von mir. Kann schon hier sein. Tim, jetzt komm gleich. Brauchst du ja nicht. Ich muss was holen für Q. Schöner. Ja, und so ist die Metz. Komm, 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 komm. Leichen Sunny hat der Wicht. Ja. Nein, ich kann nicht. Glaubt mal, wenn wir an der Karte sind, nach Südost. Oh, ich war... Ich hole... Die Sunny ist zugebetet, bis der Arzt kommt, Leute. Hier, pehlen wir den Nordmann. Okay, sehr gut. Der ist gepealt. So, Nordmann, jetzt die Waffe. Äh, Kobold. Fick den Kobold. Biskus Climer nicht. Ein Hit. Jawoll, Alter. Das war der Shami. Jetzt haben sie SOS. Die SOS. Augie ist zugebetet. Und Leichen Sunny ist zugebetet. Ich brauche nochmal 4 auf dem Bersi, sehr gut. Haben wir SOS? Haben wir SOS? Ja. Ich bin aber noch nicht bei euch. Ich bin aber noch nicht bei euch. Ich bin noch nicht bei euch. Der Mensch mag SOS sein. Ich verreck dich da hinten wieder. Ne, geht nicht. Nach Norden durch die durch. Nach Norden durch die durch. Ich habe keine Heilung gerade. Ich laufe. Ich brauche hier Pew auf dem Krieger. Gib mir Target. Ja, dann meins. Komm, debuffed. Shami ist gestunnt. Jetzt debuffed. Ja, nuke. Komm, das ist der Flump. Ein Hit auf Flump. Ich mach noch einen. Oh Gott. Charmio Freischleißig. 14. Mein Target. Fieber Mock. Ah, okay. Pew okay dann. Augie dead. Der kriegt Stump Pits. Ganz hinten habe ich auch noch Flump dran. Nur 30% mach ich. Ah, hier. Der kriegt von mir Pits. Du krank. Klamp geht jetzt. Ja, sehr gut. Danke. Jetzt den Nordmann ganz hinten bitte. Mach ich. Mein Target 16. He's down. Okay. Troll debuffed. Rechtsseite Nordmann danach. Jetzt debuffed. Guck mal, die New Line haben nicht geerdet. Die kurzen. Die kurzen. Die kurzen. Die kurzen. Ja, die hatten bestimmt auch nicht mehr. Ja, wieder der Shami First Target, Alter. Und weg ist er gewesen. Sauber, Alter. Ey, Bombe. Mein Gott. Dann komm vorbei, kriegst der Morphium. Ja, Gott Sack. Hink. 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 Da ist er. Hat Opium, glaub ich. Also von dem her. Also wartet auf CC und Pads und dann könnt ihr rein. Genau so machen wir's. Die haben nur, glaub ich, die Ani da. Ja, die haben schon aufgepilzt, ne? Die haben Ani da. Ich geb dem Baden Nierseit. Badehot Pet! Ich werd auch erst mal Nierseiten nur, ne? Ja, 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 ja. Nicht da rein, nicht da rein, nicht da rein. Ich mach die Ge... Ich mach die Bills kaputt, Junge. Ach, schade. Pet get down. Ja, wieso? Ist ja ein Hellendesigns-Optnehmer, pass mal auf. Hab ich dem auch noch in Insta-Up reingedrückt, ne? So, das Pad clearen wir, Target. Ja. Stunt, Damage, Schlepp! Oh, jetzt hab ich dem jetzt. Der Baden kommt rein. 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 Ja, der Baden kommt rein. Der Baden kommt rein. Krieg ich die Waffe, die Waffe, die Waffe. Rock die Metz. Das müsst ihr ziehen, Wittmehens. Oh schöner Metz. Film, Stunt, Damage. Den Baden müssen wir machen jetzt. Target. ich bin die märz kommt kriegst die märz kommt noch mal der kälte bitte wir müssen wir nehmen wir baden jawohl jetzt hat die bau danach mache ich erst mal neues meins gerade gestorben vorne die kohle der mits die seite wieder auch mal druck ja ich glaube die geschickt von der weißen schnee ist meiner riesige jetzt habe ich im pad dran ich kann keinen druck mehr machen hätte es tot ich cc war das bett vorsicht nicht muss da eine seuche reinkriegen aber ja jetzt haben wir eiko jetzt müsste vorsichtig sein ja aber ich hab die pits drinnen die die kannst du haben alle pits die haben haben probleme jetzt mit dem pad nehmen target bleib stehen ich mach auf dem dmd direkt im fluss der anstrengung er ist geroutet jetzt damage schlepp mit hinten rein verruft was denn passt doch hör auf zu heulen slab ich hab amnesie spam harten amnesie ich hab seinen rdf verhindert rechts in luri steht frei hatten ihr seid der eine kriegt mein pet zu den hier vorne nehmen wir jetzt sage bitte bin ich brauche das ist ja sehr schön und weiter geht's noch mal der kälte mal auf die kälte net kälte 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 der pet gekriegt von mir atwf stehen eklig vorsicht und vorsichtig jetzt wir haben kein mann kein mann und das kraft hat hinten ist auch auf mir ja die pf ist weg vorsichtig das stehien mad schon beim tritt es gibt ein roth rein alle immer gut sehr gut so gut am ira habe ich habe ich jetzt gut durch ja nicht über den luri tag ja ich hab tatsächlich sehr weit vorne halte Ich muss den Schicks zurück. Einen hält mein Target. Sehr gut. Jetzt noch mal den Baden. Gleich. Und alle hinten kriegen Amnesie von mir. Der Hanni links. Ja neben mir kommt. Target. Und mein Pad heilen wenn ihr könnt ja. Hanni ist down. Ah da Froststallien auf mir. Lurie debufft. Ich kann nichts machen. Da ist scheiß Pad dran. Danke. Nichts. Der Lurie ist gedematzt. Kannst du deinen Stallien nehmen oder? Okay. Lurie lasst mich stehen. Lurie lasst mich stehen. Target. Target. Ich hab wieder mal noch. Ja bin drauf. Ich stehe wieder am Hut. Ein Head. Komme ich nicht weg. Jawoll. Jawoll. Target. Ja Silvana. Sehr gut. Wieder das Feld auf mir alter Lurie debuff. Target. Genau. Sehr schön. Hinter uns vielleicht jetzt. Kälte debufft. Kälte debufft. Kälte debufft. Ja hier ist auch ne Burie oder alles. Ja ja. Sag ich ja. Wir haben ihn stehen lassen ne? Ja. Habt ihr ihn? Ja. Sind ja schon klackig. Alter wie mach ich denn meinen Mauszeiger bitte besser? Dass ich den hier in dem Scheiß Eis sehe. Richtig geiler Fight. Ich muss den einfach im Windows groß machen. Dann wird der im Spiel auch groß. Ist zwar pixellig, hässlich aber groß. Und eher neun. Klopps. Danke. Und weißt was mich aufgeheilt und lass das bitte. Und das ist die Tux. Ne? Weil wir ja so schlecht sind. Schau dir das Video an. Was? Man kann's dem Fero immer erzählen wie schlecht wir sind. Mit wem redest du Alter? Ich hoffe dass du das Video abspürst. Schon längst abgespeichert Alter. Dein Gelaber hört keiner mehr. Ich wollt dass er dich hört. Der Bastard. Ja Alter. Mit wem redet er denke ich. Ja ja. Tux der Bastard. Wolltest du was sagen. Schreib dem Fero das. Sagt er. Dass wir mit. Okay. Warte. Ja. Red weiter. Ich speichere das gleich noch extra separat. Das kommt in. Ich hab schon angefangen Video zu machen. Äh. Slap seine Outtakes Alter. Übel. Übelst funny. Und scheiß. Red weiter. Hier Tux das ist extra für dich ne. Kannst den Fero wieder erzählen wie schlecht wir ja sind. Weil ihr ja zu viert uns immer zu. Zu acht killt ne. Weil wir ja so schlecht sind. Aber bestimmt war wieder irgendwas ne. Hat einer geleckt oder war nicht da oder AFK ne. Aber schöner Fight was. Schau dir dann an auf das Video. Viel Spaß. Tschüss später. Du Ursohn. Der Grafik. Ist laut und deutlich gesagt. Von uns. Die Kaltrichtung wieder zurück. Das sind wieder unsere Spitzels. Okay. Geh drauf. NVIDIA. Weltenbrand. Ne die gehen nicht immer jetzt. Die haben irgendwie Timer. Die rennen weg. Ja. Ja. Einer hat Niederseite auf. Weil der Frost läuft. Haben die gesetzt? Muss wohl. Ist welchen Brand. Die beiden Heiler sind damit. Schami. Oh. Jetzt die Luft. Nachricht. Kobold wollte ich sagen. Ja. Ich würde gerade sagen. Ich haue irgendwie ein anderes. Ja. Aber der Diebauf hat auch zweimal resistiert. Den Troll hinten kann. Können wir ganz raus. Da drauf. Jetzt die Waffe. Der Auge ist überhaupt. Müssen wir auseinander gehen. Ja. Ich weiß. Die kriegen solche. Jetzt den Kobold die Waffe. Bin ich drauf. Ich mach ich auch. Nächster Troll. Ich drauf. Troll geht. Ein Hit. Mein Target an BUFF Troll. Jo. Troll die Waffe. Fick deine Molle. Sind alle beschäftigt. Sub sind alle. Haben alle eine Beschäftigung. Zwergki können wir nehmen. Zwergki läuft hier bei mir. Mein Target. Das ist gut. Zweit vorne. Ja. 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 Der kriegt Pets von mir. Das ist ein Krippi gell. Ha. Ja. Bitch Alter. Jetzt macht er. Jetzt macht er ein Schuh. Den Zwergki bitte. Jo. Ja. Das war mein Target. Oh. Dein Target. Ich bin okay. Kobold. So ne gar nicht. Bin ich Komos. Seht ihr nur was hauen. Forst Dive. Knack. Irgendwas ist noch ein Besser abgehauen. Das ist ne sehr gute Idee ja. Wenn wir die Spieler nicht gemacht haben. Dann. Wenn die keiner macht. Dann lernt man auch nicht draus. Guck. Woraussehen. Woher läuft Sugar Daddy. Ja und schon wieder ab. Keinen zurück. Da ist schon einer Nearsighter. Der ist auf jeden Fall Target. Ja 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 ja. Komm 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 komm. Der Nordmann geht ins Metz. Keine Richtung ist Osten. Ich bin da ganz hinten. Ich seh den Nearsighter nicht mehr. Ich bin ganz ganz hinten. Troll kriegt solche D-Buff. Alter. Target. Die Kaser kommt hart. Kann grad nicht heilen. Sehr schön. Den Nordmann bitte. D-Buff. Okay. Bin drauf. Komm der muss. Schöner Metz. Der muss gehen der Nordmann. Ein Head. Sorry kriegst Metz. Weiter laufen sie aufm Haufen. Verteilt euch. Und Drag. Guck mal nochmal ihm an. Dread 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 Dread. Dread Dread Dread. Okay. Komm mal ein bissel zu ihm hier. Du bist zu Metz. Ja okay. Schami debuft. 40. Ist tot. Jetzt der nächste. Kobold hier. Kobold. Ich krieg den hier als Target. Ich hab ihn im Target den Kobold. Metz. Ja der geht aus der Range. Den Nordmann hier hin. Die Metz bitte. Doch hier. Die Metz. Ich hab ihn. Ja. Kann. Ich kann ihn auch nicht. Jetzt. Mit dem Nordmann hier ganz hinten. Ja. Ich hab erstmal solche nochmal rüber gekackt. Wie ist Dragost dann? Ein Höring bitte. Minipad runter. Vom Nordmann. Der Kobold ist wieder frei. Und ich hab ganz hinten Bersi dran. Können wir den nehmen? Ja. Bin drauf. Gibt noch einen Quickhouse hinterher. Und. Ich nehm dich so. Achtung. Ja. Ja. Wir werden weggegangen. Die gehen im Metz. Norden. Ins Wasser. Ins Wasser. Ja. 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 Ich hab ja auf jeden Fall einen Nordmann den den wir nehmen können. Bin damit dabei. Fängt jetzt solche und die Waffe. Kalte weiter. Ich versuch den jetzt gleich nochmal. erstmal den Nordmann Routen. Ja. Nordmann jetzt die Waffe. Jetzt die Waffe. Nach Westen halten. Ja. Nicht der anderen. Ach. Schon wieder resist, Digi. Bitch. Sind wir da? Nordmann? Linke Hand. Ich glaub es ist der Waffe. Der ist gut im P-Signal. Haben den übern Kraftwerk gepinnt oder was da los? Sehr klingt Rout. Ja. Dings. Timer. Ja. Mox den Zwerg nicht mehr Udi. Ja. Ich hab ja. Gleich. Okay. Ich muss nur noch ein paar Metern machen. Ich cure. So jetzt können wir den Zwerg nehmen. Die Waffe. Ich geh jetzt Druck. Machst du nicht. Machst du nicht. Mein Target 30%? Ja. Na glaub die Waffe. Sehr gut. Dann haben wir hinten nochmal einen Nordmann. Ja. Jetzt Anwurf. Go. Ja. Ich hau den Heiler. Danach den Drag Commander. Oder den. Shit. Einhörigen runter vom Krieger bitte. Ist nicht meins. Der. Krieger hier hat mich wieder. Ja. Ich bin drauf auf den Krieger oder? Kann ich nicht die Waffe. Hab ihn dir weggenommen. Jetzt Nordmann. Lass uns mal versuchen. Obwohl er zieht raus ne. Hab nen Dread. Oh der geht der geht. Der Nordmann ist tot. Dread Commander die Wurft. Ja ja ja. Der kriegt nen Pit. Bleib. Ah ist schon tot. Hier mein Kobold. Wär gut. Dein Kobold wär gut. Boah ist der Wald weg alter. Frostdive hinten geht der Metz. Kobold debuff. Der andere Frostdive auch. Oh. Ja. Sind alle Metz. Nordmann auch an. Nur mein Nordmann nicht. Den hab ich gepurcht. Frostdive. Oh ich hab den Metz. Ist alles im grünen Bereich. Bleib mal gut spielen. Du dich aus. Alter was für nen. Hier Kobold. Kommt noch mehr rein. Was kommt da alter. Alter. Jungs jetzt wird. Jetzt wird Dauer lästig. Mein Kobold 5%. Ah der Bootbuck ok. Das ist ja Bootbuck. Was für Wichser alter. You. Was. Der hier. Der Frostdive neben dir man. Der andere man. Der ist dort. Ja. Alle Richtungen. Ich zieh ihn mal. Kann ich beide gleichzeitig machen. Da steht noch ein Viking am Steg im Metz. Achso. Und du. Was für ein Wichser alter. Wieso uns hier flashen ey. Einfach mess geworden diese Leute. Ja sind die auch. Hier unten gab's noch. Achso. Hat er gefreut. Wie ey alle. Die macht. Das macht mich irre ey. Richtig Assis. Und wir gehen mal ein Stück rüber zu Pog bitte. Hier wollen wir nicht rengen. Er ist schon wieder durch. Also wenn sie gesehen haben. Dass wir am gewinnen sind. Ja. Ich sehe das eine lustige Aktion. Wenn nicht. Also da können sie ja nichts dafür ne. Beim Bootbuck. Bussche. Mit der falschen Leister. Boah. Man hat's gemacht. Das war. Stats gerückt. Mitgarten. Ist sicher die Frage gewesen. Steg. 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 Ich gehe zu Matsch. Ich equip dir target. Stop schon. breeds die Matsch. Fick deine Mutter. Target jetzt. Nordmann. Jetzt habe ich Instant bekommen. Super. Gottätsel. Hat deb 150. Geht ihr die ganze Zeit willkommen vom blendit. Weitere laufen. Ich ziehe den Treu hier raus. Den nehmen wir gleich. Amsoss. Weitere weg vom Ufer. Die laufen vermall. Der Troll hat keinen mehr. Jetzt kommen sie alle zu mir. Bin im Slam. dem bd auf mir das können wir saßen mittels noch immer solche drüber target hat kommen ja ja in zwei ein prozent wo die noch mal die war fick dich doch alle und ich stehe in dem den zwerg die ganze mit der wacht bin ich ich muss dann wieder von der zwerg drauf kommt ja der muss gehen stimmt jawohl noch ins werk ja zwerg ja die tbf danach den bd kobold mein target schon fast dauernd sie sind costa ja jetzt denn den serviger mir ich habe zwei tanks dran hier die island frisch gerettet der eine kriegst an koholik ausgezogen zwerg ist die bauft der war nicht den troll nehmen wir heute nehmen wir traut und wenn wir nicht gesehen nehmen wir gleich als nächsten geht jetzt den koholik stehen alle drei in haufen ja so geil mein target 28 heiler dann der ist auch der skyde er hat sich gerade hingesetzt oder ja er rennt da weg nach der so gut ausgezogen gutes so ist wunderbar und das ist nicht unser kieber ja ich habe rotes weg nur sagt kür kommt hat auf baden linken hand ich brauche sie mir jetzt mit toni auch danke du kann ich den läppern der liga silbern den anderen die war die war auch noch nur da kommt kein kited stehen ziemlich tief die reinkommen jetzt ja ja der mit johli jetzt bin debufft jetzt hinter uns kommt eine mitgruppe die inkt uns ja diese witz der meds können wir so bei 2 1 so südwesten ja westen sorry und westen an den vorbei markus haut dann instant rein auf ihn abtwinnen mal gucken was die hips machen und dann auf die alps oder auf die midis auf die midis so ich habe target zwerg und noch ein hib auf rechts und andere hin passen auf dass sie die hibis nicht auf uns wieder gehen ja 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 komplett bleibt weg hier geht richtung der ball ist wieder auf die mits haben gesagt ich brauche die märz wieder und der mensch gleich aus mir ist raus ich habe wieder rotes nicht seid ja ich habe den mir sein er kriegt er das mal komplett raus oder was für bock kann gehen die gebufft habe ich in ruht wagen ihr seid wieder das wird klo kommt danke den kälten können wir nehmen ganz recht steht der hätte die bau zu wie der nirseiter alles klar ist tot der hindurch nehmen wir rechte hand über ja noch mal mit von hinten weil das ist nicht dein ernst alter da sind sie ja das ist ja nicht wahnsinn ist doch suche barricade läuft ja müssen durchziehen nach nordwesten ist das unser static ja das näher ist drin lauf weiter lauf weiter so ist in 321 was wirst du denn so ist wir hatten schon den drag commander die wirft jetzt warte den route ich dir den schwanz kopf ja ich habe jetzt dann die hatten es näher glaube ich die ist freist target darauf gleich ja die bitte eine kommt der resiste das ist das hier ja ja hier kommt nordwesten die hibis überrollen uns und kommen ich habe es dann muss aus der range jetzt ist unser mega die nirg aber auch auf die medis dann können wir mit denen auf die medis kommen die wahl geht es jetzt mein target dort man okay ich gehe nur auf die medis nachschauen was die hibis tun der verbrauch hat mich auch hier die schwanz auf der habe ich zwei von verschiedenen reichen ja auch mehr dann haben wir mal eben den philbock und der philbock ist gleich tot ich habe keine mana mehr zieht weiter ah der herrkler auf zu nuken warte ich habe keine mana mehr dann raus 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 ich habe es nicht gesehen man aus gelil alle raus nein niemand geht hier raus die kassen auf mir weiter rum ja ja nein ich meine von uns alle raus weil wir einmal auf die kassen weil unsere handler kein mana mehr haben links ja kälte debufft wo geht mein target ich weiß nicht die dex debufft zwei glory sind die mittels tot oder sind die schon wieder weg hier kälte kälte mein target jo jetzt wird dein mana füllt da kommen alle drei kasser wieder auf dem haufen kriegen das immer wieder hin ihr habt zu mir gesprochen ja ja ich schuldig aber trotzdem ihr seid solche homos stehe da und metze und metze und ihr kommt einfach zu mir ihr musst gleich die richtung ändern ne aber irgendwelche kumpel kommt jetzt von hinten ne was kommt von hinten ja frage ich gerade wäre jetzt eigentlich der zeitpunkt für den nächsten ad oder ja das war ja zwei mal nicht und die ist jetzt tot warte ich komm mal gleich wieder warte die kriegen wir nicht mehr ja lass dich doch warte wir den ein luring nehmen wir doch wir haben das immer wieder reingehalten ja weil vielleicht die einige schrien haben das ist ja wie bei uns zwei songs hört auf drei songs warum den schien wir haben dass man immer den gesagt hat auf die ja voll drauf das ist überhaupt nicht viel